Es ist noch nicht lange her, da arbeitete ich als Profikiller. Meine Freunde und ich waren die Crème de la Crème in einer exklusiven Branche. Wir arbeiteten für einen Mann, Bill. Eines Tages hatte ich beschlossen aufzuhören und ein neues Leben anzufangen. Doch als ich den Job hinschmiss, wollten sie mich ausschalten. War Jani wieder auf. Sie hätten sich etwas mehr Mühe geben sollen. Es ist wohl ein bisschen spät für eine Entschuldigung, was? Allerdings. Jetzt heißt es töten oder getötet werden. Du hast allen Grund, es mir heimzuzahlen. Heimzahlen? Richtig heimzahlen? Dazu müsste ich dich töten. Dann wäre das Konto ausgeglichen. Ich habe mich fürs Töten entschieden. Mami, ich bin... Hey, Engel. Wie war die Schule? Ein Ticket nach Tokio, bitte. Einfacher Flug. Diese Frau verdient ihre Rache. Und wir verdienen den Tod. Ist das ein Witz? Ich dachte, es soll schwierig sein. Lächerliches kleines Girlie spielt gern mit Samurai-Schwertern. Ja. Noch mehr Untergebene, die ich töten soll? Hi. Geh zu deiner Mami! Du hast doch nicht geglaubt, dass es so leicht sein würde, oder? Für eine Sekunde. Ha! Doch, da dachte ich es. Dummes Häschen. Das Schlimmste ist überstanden. Das Schlimmste ist überraschend. Das Schlimmste ist überraschend. Das Schlimmste ist überraschend. Das Schlimmste ist überraschend.